Treffe ich hier wirklich so scheiß Entscheidungen oder passiert bei jedem Weg was? Alter, schau hier, das ist ein schlechter Schütze. Er ist ein schlechter Schütze, er hätte nicht ganz das getroffen, was er wollte. Oh, no, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Okay, das tut weh, das glaube ich gern. Achso. Aha. Ist nur die Schulter getroffen, halb so wild. Tut bestimmt weh, aber... Nichts lebensbedrohliches, das schafft sie schon. Das war schnell erledigt. Ich weiß nicht, wenn ich nur ein paar Schütze aufbauen konnte. Sie hatten ein paar Schütze, nur nach draußen. Norma hat mich. Ich glaube nicht, dass sie es geht, aber sie hat mich verlassen. Und jetzt Greg ist tot. Ich weiß nicht, dass sie sich verletzt, Sam. Warum hat sie dich verlassen? Sie hat mich verletzt. Ich sagte, dass meine Familie sterben war. Und das war genug. Ich weiß nicht, dass du all die Schütze aufbauen hast, was sie hat. Das letzte Mal... Ich dachte, dass wir nur die Schütze auf dem Ferien... Aber Greg, er... Er glaubt nicht, dass es sicher ist. Ich sollte nicht... Listen. Ich hatte mich so viel... Ich hatte mich nicht so viel. Ich habe eine Beleutung. Du hast nicht so gut. Ich fühle mich... Ich fühle mich... Ich habe noch schlimmer. Er legt das Licht ab, aber es zählt auf die Kräfte auf. Das kann ich mir gut vorstellen, wie fies. Das machen wir doch mit uns. Wir hätten uns noch mal Haustiere zulegen sollen, ich sag's ja. Schnell kommen wir zur Zeit sowieso nicht voran. Gregg, ich weiß nicht. Wie soll ich sagen, mein Vater über Gregg sagen? Das wird ihn verletzt. Ich weiß nicht, ob ich kann. Ich kann es mir tun. Ich kann es dir sagen. Danke, Michonne. Ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe vor Schreck gerade einen, weil die ganze Zeit ist. Ich habe die ganze Tastatur durchgedrückt. Ich habe das ganze Tastatur durchgedrückt. Mhm. Ja, Entschuldigung, mein Fehler war gerade, wenn ich vorwärtslaufen will, dann drücke ich automatisch W, dass ich hier immer in die entsprechende Richtung drücken muss. Ich zeige das gerade mit Händen und Füßen, das ist ja Unsinn, seht ihr ja gar nicht. Egal, ähm, tja, so. Für mich ist gerade Aushalt weh, so. We can't catch a goddamn brick. Come here. So, we gotta go. So, jetzt muss ich gleich mal kurz gucken, welchen Buchstaben er haben will. Ach, okay. Eigentlich gehe ich jetzt gerade nach rechts. Yes. Bis zum nächsten Mal, Sam. Bis zum nächsten Mal. Die blutet aber kräftig. Würdest du uns jetzt mal bitte reinlassen, Mädel? Da muss erstmal aufgeräumt werden. Bis zum nächsten Mal. Es geht ihr nicht wirklich gut. Ähm. Das ist so trinken. Geil. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das? So schlimm. Okay, das ist auch super ekelhaft. Das Geräusch dazu. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Doch, ich weiß. Es muss sein. Aber nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schick doch bitte die Kinder raus. Oh Mann. Oh nein. 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 Ohne ohnmächtig zu werden. Respekt, Mädel. Respekt. Ach ne, dann geh. Oh, das ist so böse. Okay, nur ohnmächtig. Nur ohnmächtig. My poor Samantha. The bleeding stopped. That's what matters. Tell me. What happened? You appear out of nowhere, with my daughter nearly bleeding to death? I saved Sam. Carried her through a walker infested forest back to you. When Sam wakes up, we'll see what really happened. What? Ash. Emm... Wir haben Sam gesagt, wir machen das. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. It's okay, boys. Was kommt die Arme? It's okay. I'm here. I'm here. Den haben wir auch bei Norma unten gesehen, wo wir eingesperrt waren. Haben wir den da etwa auch geklaut? Also nein, Sam den da geklaut, nicht mehr. Okay. Hier sind unsere beiden Kinder reingelaufen. Wissen wir doch aus der ersten Episode. Ich glaube... nicht die schönsten Namen, muss ich sagen, aber Geschmackssache. Also Elodie vielleicht noch, weil den Namen habe ich noch nie gehört und ich mag seltene Namen. Aber Colette ist jetzt nicht so mein Fall. Es soll ich nicht. Huh? Ein Chigar. Ja? Untertitelung des ZDF, 2020